hallo liebe elbenwald fans ich bin ronja vom kanal justice slitherpuff und ich darf euch heute das türchen nummer 22 des elbenwald adventskalenders vorstellen ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken es geht um harry potter also liebe harry potter fans aufgepasst denn heute könnt ihr das hier gewinnen das ist ein vergoldetes hogwarts express ticket das ist tatsächlich eine replik die mit 24 karat gold vergoldet ist und weltweit auf 2000 und ein stück limitiert also ein ganz besonderes teil für eure sammlung oder für den niffle in eurem leben denn schaut euch mal an wie wunderschön das einfach glänzt ja die meisten werden an tag 22 wahrscheinlich schon wissen wie es funktioniert für diejenigen die neu dabei sind einfach mal auf die elbenwald de website gehen und dort am adventsgewinnspiel teilnehmen dort könnt ihr noch bis zum 24 jeden tag tolle preise gewinnen zum beispiel heute dieses wunderschöne ticket also ihr lieben ich wünsche euch ganz viel glück und drückt euch die daumen vielleicht ist ja schon bald dieses wunderschöne ticket auch teil eurer sammlung